Das führt zu heute zu mir. Immer muss man ihm alles hinterherräumen. Mich stört das ständige Geschnarcher. Ihr sollt mal erleben, wenn er wieder was Falsches gegessen hat. Das geht ins eine Ohr rein und ins andere wieder raus. Ihr denkt, ich krieg das nicht mit. Aber ich beobachte ihn manchmal, wie er heimlich aus dem Mülleimer ist. Aus dem Müll?